Borobudur Borobudur ist eine der größten buddhistischen Tempelanlagen auf einer weit entfernten Insel in Asien. Sie wurde für den Gott Buddha gebaut. Der Tempel wurde um das Jahr 750 gebaut, also fast zur gleichen Zeit wie die Pfalzkirche in Aachen. Aber die zwei Kirchen könnten unterschiedlicher nicht sein. Es liegen ja auch etliche tausend Kilometer zwischen den zwei Bauten. Der Tempel Borobudur geriet kurz nach seiner Fertigstellung für lange Zeit in Vergessenheit. Denn die Asche eines Vulkanausbruchs bedeckte den gesamten Tempel. Mit der Zeit überwucherten sogar Pflanzen den Aschenhügel und im Nu war vom Tempel nichts mehr zu sehen. Erst über tausend Jahre später haben europäische Reisende die Tempelanlage entdeckt und ausgegraben. Das war ein ganz schön langer Dornröschenschlaf. Der ganze Tempel ist hoch wie ein Haus mit neun Stockwerken. Jedes Stockwerk hat einen Balkon, der einmal um das ganze Haus geht. Weil man auf ihn einmal rund um den Tempel gehen kann, wird er auch Rundgang genannt. An allen Wänden der Rundgänge sind Bilder in Stein gemeißelt, die das Leben von Buddha erzählen. Wie viele Kinder sind auf deiner Schule? Stell dir mal vor, von jedem deiner Mitschüler gäbe es eine Statue auf dem Schulhof. Ursprünglich war der Tempel mit 504 Buddha-Statuen geschmückt. Eine dieser Buddha-Statuen kannst du auf dem Bild erkennen.